Welcome to Mr. Hilo. Hallo und herzlich willkommen zurück, Mr. Hilo hier, wir sind wieder im Start mit dem Aufstieg des Hexenkönigs. Nummer 2, ne? Genau, Nummer 2, das habe ich vergessen, sorry. Aber ihr habt es schon gehört, J.J. Jacobs ist natürlich wieder im Start. Hä? Ja, wir sind im Belfalast. Stimmt, da unten haben wir Belfalast, das ist übrigens die Bucht, die vorne dran ist, das heißt Belfalast, also die Bucht vorne dran, unten drunter im Süden, ach so, heißt Belfalast, deshalb heißt dieses Land Belfalast, das ist eine Bucht von Belfalast. Ja, ja, schon wieder mal was dazugelernt. Wir müssen kämpfen gegen zwei Helden haben, aber irgendwie gehöre ich was dabei. Du hast ja sogar hier noch so 6-Buchschützen-Batterjohn, ne? Ja, ja. Chili, also 9-Buchschützen-Batterjohn. Komm, wir drücken mal da drauf. Wir drücken mal da drauf. Gucken wir so, dass wir nicht mehr verstärken. Du hast ja gleich anfangen. Geh mal auf jeden Fall mal Echtzeitschlag machen, einfach um euch natürlich wieder mal was zu bieten. Vielleicht, Belfalast haben wir aber noch nicht so oft gekämpft, sprich, vielleicht finden wir da die ein oder andere Herausforderung, ja. So, dann, was haben wir da? Die Ostküste Gondos zwischen der Mündung des Andréen und der Zitadelle von Dol Amrock. Ja, ne? Also Zitadelle von Dol Amrock müsste man da sogar sehen. Es müsste das in der Mitte sein, ja. Aber die ist leider zerstört. Ja, toll. Da dürfte nicht mehr viel von übrig sein. So, da haben wir schon die Armee, also dann geht's los, oder? Dann marschieren wir mal ein Orkstamm, habe ich schon mal gehört. Ja, ich habe auch schon hier gehört. Bruna Orkhöhle. Das akzeptieren wir hier doch direkt mal. Und wir haben natürlich hier Hobbitze, sehe ich gerade. Da greift schon in so ein Adler, komm, ich geh mal, ich geh mal zu diesem Gasthaus da vor, war da mal meine Festung. Also hier so in, äh, zu dieser Stadt dahin so. Schaut, habe ich wenigstens mal schön ein bisschen was zu gucken. Dann kann ich mich da noch so ein bisschen nach links, so, ne? Ne, ich hatte gerade nichts zu tun, da krieg ich schon wieder zu viel. Managerskinners hier. Also meine sagen, sie verwenden nur bestes Material. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das andere. Jetzt habe ich wieder diese blöde Gasthauseinheit, die ich nicht, die ich leider nicht mal verbessern kann. Das ist irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig. Hier unten kann man übrigens Schiffe bauen, sehe ich gerade. Habe ich gerade auch gesehen, ja. Bader mal hier noch dieses Ork-Dings, glaube ich. Oh, und ich spiele mit Glawfindl, der ist auch schon Level 6. Also Prinz Brand ist ja schon Level 8. Komplett overpowered. Aber diese Bogenschützen erhalten Läffeln halt. Läffeln? Läffeln? Die Läffeln schnell, oder wie? Ja. Krass. Krass, was die da alles leisten, diese Bogenschützen. Krass, ne? Ich sehe bis dahin 780 von 150 Kommandeurspunkten. Ja, der ist natürlich stark. Ja, wir haben vorhin auch schon mal ein bisschen überlegt, was wir dann als nächstes machen. Außer ihr wollt kein Headache mehr sehen, weil wir so schlecht sind. Mhm. Kann ich verstehen. Hätte ich kein Problem mit Leuten. Könnte ich tatsächlich auch verstehen. Aber ich denke, wir müssen uns nochmal neuen Herausforderungen mit Böse stellen. Irgendwas mit Böse machen. So gegen Brutale. Vielleicht mal mit Angma spielen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Können wir auch mal machen. Ja, mache ich gerne. Ja, ich weiß. Der Feind ist hier. Wo denn? Ach nö. Johann, der Feind greift die an. Und mich auch. Hallo. Eigentlich greift er nur dich an, ne? Hallo, hallo, hallo. Ja. Können wir das mal unterlassen hier? Erstmal diesen Trommler-Troll da weg. Was ist denn hier mit diesen, das, das, was machen die denn hier? Hm. Oh, die haben ganz schön viel von meinem Wohnschützen gekürt. Die haben irgendwie auch Flammpfeile. Ich weiß nicht, was verbessert oder wie? Ja, ja. Das geht ja gar nicht. Ach, Klopfhintl ist auch im Start hier. Guck mal, der steigt ja minütlich auf. Der Junge. Ja, Level 7. Chili Prinz Brand Level 9. Was geht denn bei Prinz Brand ab? Der Junge zur Hölle hat der so viel Schaden genommen, Alter. So, ein Feuer. Du schickst dir aber schnell zurück zu unserer Festung. Keinen Bock da zu verbrennen vor Jakobs Toren. Nicht? Nee. Muss ich gestehen, dass jetzt nicht so... Ist das ja wieder diese Gasthauseinheit? Ja, die Opfer ich jetzt gleich mal. Weil ich kann die halt nicht verbessern. Das ist so ein bisschen, das ist blöde. So. Naja, habe ich mir richtig viel Platz für meine Minen bekommen? Danke, Johann. Bitte, bitte. Immer gern. Was ist denn da, warum werde ich den Deutschen wieder angegriffen, muss ich sagen? Das gefällt mir irgendwie alles wieder gar nicht. Nicht? Nee. Nett. Wirklich. Naja. Angegriffen ist auch irgendwie wieder relativ. So. Damit Jakob weiterhin keinen Platz für seine Minenschächte hat, bauen wir weiter Malorn bauen. Aber hier unten möchte ich jetzt nichts hier bauen. Wo sind wir denn da? Wo ist das jetzt hin? Da gefällt es mir hervorragend. Was kann denn Glowfindel eigentlich mit Level 7? Gar nichts. Nice. Also er kann eigentlich immer nur Klinge der Reinheit und aufsteigen. Also ist ja jetzt irgendwie... Warum steht hier Voraussetzungen Stufe 6... Ach, das kann ich erst machen, wenn ich aufsteige. Dann steigen wir mal auf. Du müsstest ja jetzt hier diesen Windreiter einsetzen können. Jetzt will ich mal probieren. Kann man mal mal Windreiter... Nur Olim! Oh, das kennen wir aus dem Film. Wo ist er denn? Wo ist er dann? Hä? Ah, da. Oh, ist der schnell. Guck dir mal meinen Reiter an vor deiner Festung, ey. Oh ja, der ist echt schnell, du. Ja, aber moin. Einfach nicht möglich, die anzugreifen hier, oder was? Ja. Dann wollen wir dich nicht in diese Plünderer da rein. Ja, da, da, da. Alter, ist der schnell, ey. Das ist natürlich einfach krass, ne? Also... der Feind sitzt auf jeden Fall links oben. Schauen wir uns mal an. Ja, da sitzt er auf jeden Fall. Baumeiser steht da auch schon rum. Festung sehe ich noch keine. Bin ich mir aber bei allem noch nicht so sicher, was da passiert. Bei Nacht irgendwie wieder gar nichts. Greift einfach nur wieder an. Bam, bam, bam. Alles weggeschossen, was da in der Nähe steht. Ja, das gefällt mir gut. Das hier fällt mir richtig gut, Leute. Ach nee, hallo. Töte doch mal die, die dir mein Gebäude einnehmen. Hallo. Boah, hier Arschbein hier. Alter. Meine Bogenschützen habe ich gerade gesehen. Schießen die erst in die Luft und geben denen dann nochmal in der Luft einen Hit. Das ist geil. Das ist einfach stark. Kann ich mich nicht beschweren, kann ich mich nicht beklagen. Da sind ja irgendwelche Einheiten bei dir da in der Nähe. Und irgendwie haben sie das Gebäude da schon wieder eingegangen. Ja, ich back das da manchmal ein bisschen rum. Mal so rein Interesse, aber mal so eine kleine Frage. Ja. Wir kämpfen ja gegen zwei. Ja. Was zur Hölle macht denn der andere da eigentlich? Ja, das ist doch. Gelb kommt doch die ganze Zeit und Orange. Kommen da beide die ganze Zeit? Ja, ja. Ja, ja. Die sind hier gelb und aber Orange sehe ich jetzt auch immer wieder. Zum Beispiel die Spinnen sind immer von Orange. Mhm. Okay, okay. Also die kommen schon beide durch. Keine Sorge. Bisher habe ich halt noch nicht so viel davon. Ja, ja. Hier sind jetzt gerade wieder so ein paar. Hey, die kommen halt auch nicht so weit. Ich komme die nicht mal bis zu mir her. Ab und zu schießen mal noch mal ein bisschen. Gefällt mir nicht, wie es da vor der Festung bei dir aussieht. Das ist... Müssen wir mal ein bisschen hier schöner machen, gell? Ja. So gefällt es mir sehr gut. Ich habe auch schon geholt, dann habe ich auch schon geholt. Hey, ich muss halt gucken, dass wir hier irgendwie noch mehr Kommandeurspunkte möglicherweise aufbringen. Das ist echt ein bisschen ein Problem. Ja, ich habe auch nie so viele irgendwie. Ah, hier kann ich noch was hinbauen. Ah, wir können aber diesmal mit den Statuen tatsächlich mal ein bisschen was bauen. Die Heldenstatuen. Ja. Da kriegen wir auch mehr Kommandeurspunkte. Ja. Können wir richtig zu spammen, oder? Ja. Was denn? Wir brauchen noch mehr Kommandeurspunkte, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen Content, ne? Ja, und die Leute wissen die meisten wissen das nicht. Die meisten wissen das nicht, dass man da das machen kann. Ja, das stimmt allerdings. Dass diese Heldenstatuen tatsächlich die Möglichkeit geben, Kommandeurspunkte Limits aufzustocken. Ach nee. Da läuft nur einer durch, Junge. Hast du erledigt, ne? Haben wir noch erwischt. Gerade so. Haben wir noch erwischt. Hab mich schon wieder geärgert. Ich wollte ja wieder, wollte ja wieder Stress machen. Wollte ja wieder schimpfen. Mh. Haben schon gemerkt. Was ist denn da irgendwie, mach ich noch nicht so krank viel Geld, muss ich sagen. Ich bin noch nicht so zufrieden mit meiner derzeitigen finanziellen Situation. Mich? Ich? Nicht, frage ich. Ne, nicht. Ne, nicht. Ne, nicht. Oh, ich ist auch nicht so, aber... So viel Geld mache ich denn dann irgendwie doch irgendwie nicht, ne? Kommandeurspunkte ersten. 675. Ja, das habe ich auch. Das ist gut. Naja. Naja. Ich bin bereit. Das freut mich sehr. Guck mal, der hat mir so einen Wurstroll. Naja. 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 Du kommst ja ganz gut hin bisher. Bisher kann ich mich ja nicht beklagen, was du da so tust. Hä? Ich habe den Baumeister verloren. Wo habe ich denn den Baumeister verloren? Oh, habe ich gekehlt. Ach, der da drüben. So, dann können wir halten die mal ein bisschen auf. Schauen wir mal, was da so alles kommt. Ach, nö, ey. Ach, nö, ey. So, wenn denn die jetzt hin? Das ist ja auch dein Malorenbaum. Finde ich ja nicht so gut. Ich bin ja schon da. Ah, Stufe 11, was läuft da jetzt hin? Wer hat da eigentlich meinen Malombau angegriffen? Das fällt mir aber schon wieder gar nicht. Das ist irgendwie... Oh, das ist die Beule. Komm, wieder ein. Es wird ja wieder über mich gelästert. Merkt er das eigentlich, ey? Die geschimpft wird hier. Pseudo geschimpft wird. Null Prozent. Null Prozent. Zwei. Null. Irgendwo. Maybe nochmal so ein kleines Prozentchen. Vor der Feste. Und da geht noch was. Wunderbar. Ja. 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 Das ist ja mal schon. Wollen wir das noch? Ah, inzwischen sehe ich 825. Ahaha. Ahaha. Dann kann man das punkten. Ich habe 650. Warum habe ich jetzt schon wieder nur noch 650? Och man, hä? Haben die jetzt irgendwas von mir kaputt gemacht? Was ist denn da jetzt los schon wieder? Ich hatte doch gerade mehr. Ich habe keine Ahnung, warum? Ich weiß es nicht. Hm? Ich verstehe jetzt ja wirklich nicht. Hm. Wir greifen einen Malonebaum an? Ja, die rennen da hat auch. Es ist doch noch ein Schiff. Ja, Digga, du musst jetzt hier schon auch arbeiten. Ja, ich bin ja unterwegs. Kann ich wahr sein hier, ne? So muss man ja schon mal sagen. Toll. Kann er hier nicht die ganze Zeit vorne und hinten auch noch verteidigen. Toll, super. Haben sie mal einen Malonebaum auch noch Dauer gekriegt. Danke, Mann. Ich habe mich nicht arbeiten. Mann, 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 der Schöne, ey. Wo haben die jetzt denn eigentlich meinen... Ach, ne. Vorsicht, Feuerdrachen. Wo fangen die jetzt da an, meinen Baumeister? Ja, dann töte doch meinen Baumeister, Alter. Ihr seid doch so Helden, Junge. Ach, ne. Welchen Minenschein muss ich jetzt schützen? Nachdem, Ochmann. Was ist denn da jetzt los? Hallo. So, und jetzt wäre es dann schon mal stark und du jetzt ausmachst, weil... Ja, läuft was nicht, oder wie? Ach, Mann, ey. Was ist denn? Hallo? Ja, was ist denn los mit dir? Also mit dir hier, Junge? Der Schürrle, Mann. Das ist wieder typisch, die Helden, ne? Stehen nur hinten drinnen, machen die immer die ganzen Capone-Dick kaputt, ne? Ja, moin, Mann. Kann ich ja schon wieder auslasten, ne? Ich das hier schon wieder sehe, hier greifen sie wieder meinen Malonnenbaum an. Ah, hab ich noch eine Mine von mir kaputt gemacht, direkt bei dir. Dicht zu viel. Ich freue mich halt schon. Spielst du auch mit, oder? Ich spiele schon mit, ich kann ja nichts mehr, ich werde hier in einer Tour angegriffen. Du bist... Ich muss mich mal wieder um alles kümmern, um alles. Das ist unfassbar, was hier ist schon wieder alles passiert. Die machen hier einen Malonnenbaum nach dem anderen kaputt und du tust so, als hätte ich da Schuld dran. Weißt du, ich habe nicht mal einen Baumeister hier. Ich habe auch keinen mehr. Chill. So, und jetzt reichet mir. Jetzt stelle ich mich hier mit all meinen Truppen, die ich habe einfach... Oh, das sind aber ganz schön viele Truppen sehe ich gerade. Vor meine Festung. Bist du dir sicher? Tür zu. Weil nicht, dass da dann einer von dir irgendwas machen müssen. Das wäre ja natürlich nichts. Ja, das wäre nicht so gut. Stimmt. Guck mal, da kommen sie schon, die Reiter. Zack und schön in meine Bogenschützen rein. Ja, super gemacht. Guck mal, deshalb gehe ich nicht vor Tore. Also ich meine, meine Einheiten, die sind ja noch blöder als du, ey. Content, Jakob, wir müssen Content. Ja, ja. Content, ne? Spannung, Spannung. Ich bin bereit. Ja, freut mich, dass du auch mal wieder da bist. Ja, wobei die mich jetzt schon hier ein bisschen ärgern hier, ne? Also... Ja, was machen sie denn? Ja, mich einfach nerven. Muss man eigentlich so sagen. Schön geworden, meine Stadt. Ach, ne, da sind schon wieder welche. So, das geht jetzt nicht mehr hier weiter. Vom Katapult schießt er mal drauf, auf, auf, auf. Baut dieses Land ab. Ja, machen wir. Boah, die Schlacht begonnen. Aber da, meine Bogenschützen schießen. Cool, dass meine Bogenschützen überhaupt was von alleine machen, außer sich überrennen lassen. Toll, habt ihr das gemacht? Ach, ich muss auf jeden Fall dieses Tor hier gleich zumachen. Sonst denken sie, sie könnten ja einer drüber mir langrennen. Sonst lieber Jakob da drüben rennen, das ist nicht so schlimm. Unsere Stadt wird größer. Was ist was? Dann schreist du hier schon wieder rum. Oh, das schickt er ja langsam mal ein bisschen. Allein. Na, klasse ist er wieder. Boxstagen, Junge. Ich würde doch hier unsere Rohstoffe bei mir wieder gar nicht. 945,1 Punkte sehe ich kann man auf jeden Fall haben. Okay. 970. Gut, gut, gut. Ne, finde ich auch. Das ist doch jetzt hier, das sieht doch richtig schön aus, Leute. Was wir hier bauen. Gefällt mir richtig. Wie das Feuer kommt uns zu nahe. Wo kommt uns? Ach Gott, ey. Also Leute, Lifehack für euer richtiges Leben. Wenn es brennt, einfach im Feuer stehen bleiben. Tut immer gut, ist gesund und bringt die Durchblutung erst richtig ins Lohn. Das machen die Elben so. Du wolltest nur kurz deine Augen entspannen. Das ist auch mal ein guter Satz. Raus, dann wirst du auf jeden Fall erst mal dickfett gekündigt. Nein, Feuerwüte. Ja, schaut euch meine Bogenschützen hier an. Diese, diese Intelligenz, diese geballte Intelligenz. Aber die, die sterben ja von dem Feuer nicht. Doch, die haben gerade schon geblügt. Ich wollte es eigentlich mein Feuer sein. Aha. Leitfeuer. Oder ne, das war aber schädlich von dem Feuer. Ja, Leute. Oh Gott. Ein Gebirgsriese lässt man einfach über sich drüber laufen. Das ist eine ganz... Oh ja, und jetzt lasst ihr euch auch noch auf euch drauf fallen. Ja, das macht ihr so Bock. Ja, jetzt rennt alle hin und werdet noch getroffen von dem. Achtung jetzt. Ah ne, doch nicht. Das ist ja enttäuschend jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich die Bogenschützen hier nochmal richtig dickfett über den Haufen rennen lassen. Ich sage es ja nicht zu meiner schönen neuen Mauer, die ich hier gebaut habe. Ich sehe keine Mauer. Ja. Na, das ist eine Mauer. Schöne, ne? Ich finde es ja echt schön geworden. Mach gar nicht. Also, muss ich dir lassen. Sie schicken erst meine Hochstoffe an. Weil das Schüler meine Hochstoffe an. Wenn ihr beim Tor, da schießen wir den Bogenschutz uns aber schon drauf. Sicher, dass sie da auch schießen. Ja, ja, ich habe einmal geguckt. Ich meine, wenn sie sich nicht gerade verbrennen lassen, dann schießen sie schon auch mal. Ja, man muss einfach manchmal nachfallen, aber zur Sicherheit. Aber du machst dich ja selber zuverlustig. Was wäre jetzt mein Baumeister? Ja, Bogenschützen. Jawohl, jawohl. Und jetzt gleich. Ja, das habt ihr ja super gemacht. Dein Malonbausverdruckt gegangen. Was ist denn? Wie zur Hölle? Das habe ich mir jetzt gerade auch gefällt. Ha, haben deine Katapulte da mal, ne? Ja, ja, ich glaub's dir ja wieder gar nicht. Heute haben sie aber von mir auch noch was kaputt gemacht. Ja, Leute. Warum machen die denn hier mal alles kaputt? Also, die ganze Zeit machen die hier irgendwas kaputt, diese Schweinepriester. Das dreht mich jetzt gerade aber echt ein bisschen auf, ne? Alter, was ist denn jetzt hier los? Ja, vor allem kommt da auch immer mehr. Ja, muss ich echt sagen. Dann fängt der ja richtig an hier. Ja, das fängt ja auch tatsächlich an mich ein bisschen abzufacken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil der auch ständig meine Minenschäcke hier draußen geworben hat. Ein vortrefflicher Bauplatz, ja das freut mich doch. Ich kann ihn aber auch kurz mal aufhalten, wenn du möchtest. Oh, deine Festung gebaut. Ja, moin. Ends. Come with me. Komm, 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 komm. Und der Tom oder auch noch mitmachen. Oh, der hat aber schon ein bisschen was gebaut, ne? Ja, ich denke auch nicht. Aber dann machst du dich das mit der Downers. Ja, mach ich. Ich bin echt hingekriegt mit diesem Dude da und zumal. Ja, fährst du uns da? Ich finde ja eh wirklich immer noch sehr cool, dass in diesem Spiel Tom Bombadil drin vorkommt. Jeder, der die Bücher gelesen hat, wird Tom Bombadil sogar kennen. In den Filmen taucht er leider nicht auf. Weil auf der einen Seite von vielen Fans irgendwie so ein bisschen als Verständnis betrachtet wird. Ist bei anderen so voll das, warum macht ihr sowas? Weil Tom Bombadil ist echt ein cooler Charakter, auch in den Büchern. Wirklich ein cooler Charakter. Hat mir auch immer wieder sehr gut gefallen. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Hast du das Buch nicht gelesen? Ja. Und sowas spielt hier so ein Spiel, ne? Ich meine, er ist halt schon wieder... So, jetzt hat er schon mal eine Festung gebaut und du machst ihn natürlich da wieder kaputt. Ja, das ist wichtig. Aber dafür wird er gleich mit voller Rache, mit Rache gelüsten wird er gleich hier angreifen. Ich sehe schon, dass da wieder alles auf mich zuhüpft, ja. Sie greifen die Minen an. Wieg. Johann. Was denn? Da schießen gerade Gebirgsriesen... Ja, sorry man. Und deine Bogenschütze stehen... Die stehen da... Oh, das ist down gegangen. Hast du das gesehen? Achte doch mal bitte mehr auf deine Minenschächte. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist deine Heiner-Natur. Deine Minenschächte. Machen wir nicht. Einfach kaputt... Oh, mein Ende läuft ganz schön weit, sehe ich gerade. Machen wir nicht an. Sag... Ne! Das ist da unten so ein Boot, dass man einen Minenschacht abschießt. Soll ich auch mal ein Boot bauen? Ich hab das Gebäude eingenommen. Dann bau du mal ein Boot. Gleich. Ich muss jetzt erstmal... Ach, ich... Ich... Der macht mich so aggressiv. Ah ja, moin. Ich sollte mich auf jeden Fall mal etwas zurückziehen. Zurückziehen. Ne, weil da eine Katapulte die sonst nicht treffen, die... du... Du... Ah... Oh Gott. Fazit, die sind das hier. Und dieser Boden, der... Das ist einfach nur noch schwarz hier alles, ne? Siehst du das? Vor mein Feuerkater... Ja, das ist tatsächlich... Wir erkennen da tatsächlich auch gar nichts mehr. Weil so die Kontraste so... so gestört sind... Wunderbar, das hat auch gepasst. Was passiert? Kann man sehr schön... Was kann ich nicht kaufen will? Soll ich ein Boot bauen? Das ist mir... Ja, ist mir wirklich... Also ich meine, keine Ahnung, kannst du machen... Dann können wir das eine Boot da unten von den Gegnern halt... in Schach halten, blöd gesagt. Aber ja, so ein kleines kann ich mal bauen. Man kann es ja, glaube ich, auch versenken, ne? Zur Not. Ja, du kannst ja generell mit fast allen Einheiten, die einfach auflösen lassen... so, dass du das Geld wieder rauskriegst, blöd gesagt. Ja. Das ist schon alles möglich, aber... Was baust du da schon wieder so ein Ding hin, oder was? Oh ja, jetzt weiß ich, was ich mache. Voll. Mächtiges Katapult auf mich, oder wie? Ne, ne. Achso. Ähm, diese blöden Dunländer, die da die ganze Zeit meine ganzen Gehäfte und so kaputt machen... Das sehe ich tatsächlich von hier aus. Dieses Gebäude mache ich jetzt mal kaputt, weil das geht mir tatsächlich ziemlich auf den Sack. Du, hier unten fährt ja immer noch so ein Schiff. Ist das unseres? Ja, das ist unseres. Ja, das ist manch. Was steht da eigentlich irgendwie? Okay. Hey, cool. Das ist Jacob. Da sind wir schon wieder so duzt durchgekommen, Alter. Na gut, aber die müssen eigentlich von meinen Gebäuden... Okay. Na gut. Mach ich doch. Unsere Heimat ist in Gefahr. Was sind die jetzt hier? Hallo. Mensch, der Schirrle, Alter. Es ist einfach nicht... Es ist einfach... Joa, was laufest du? Die Jäger. Ja, jetzt hättet der da auch noch mal einen Malornbaum, ey. Glaub's ja nicht. Wobei ich die Einheit anscheinend nicht auflösen kann, obwohl... der schickt da aber auch echt... Oh, Katapulte! Ich bin mit meinen Einheiten hier gerade runtergeraden. Ja, das müsste jetzt du machen. Schaffst du das? Ja, ja. Sicher. Mhm. Guck, Katapulte ist down. Stark, Junge. Gut, oder? Stark. Ich kann mich auch um manche sagen kümmern. Nicht viel, aber so ein bisschen. Irgendwo ist da noch so ein Gasthaus. Nein. Ja, wurscht. Ei, welches Malornbäumchen wird dir jetzt schon wieder angegriffen. Ich krieg die Riese, ey. Warum schickt der denn da immer so viele blöden Trolle, alter? Trolle? Feuerdrachen hat er auch noch geschickt. Ja, wunderbar. Ach, Gott, ey. Wie viel Kommandeurspunkte hast du? 910. Du kannst 1110 mindestens haben. Okay. Wow. Mein Boot ist weg. Der hat, glaube ich, der hat so ein Ramboot gebaut. So ein Sturmbot? Das ist geil. Das müsste ich mir sogar mal eigentlich angucken. Ja, er hat so ein Sturmbot. Also er hatte so ein Ramboot. Ist quasi, ich glaube, das Pendant zu Sturmbot. Sagen wir es mal so. Okay. Weil die Elben haben dieses Sturmbot, das so ein Wirbel erzählt. Er baut quasi so ein Boot mit so einer fetten Ramme vorne dran. Das dann einfach das Kriegsschiff gerade nur gecrasht hat. Ja, ja. Hat, glaube ich, so viel Leben verloren. Eindr Lee. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.